Hallo und herzlich willkommen bei Emma. Ich lebe das Spiel schon bevor ich es überhaupt eigentlich mehr hatte. Ich werde es verfluchen mehrfach. Ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich hier so sitze und mich fragen mich worum ich das spiele. Ähm... Ja, ich weiß es tatsächlich nicht so ganz genau. Auch wenn sie total toll ist. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich gucke, wie ich nicht dadurch quäle. Ich bin nämlich absolut gegen Horror-Spiel nicht. Absolut nicht. Das soll so ein bisschen gruselig sein. Ich hab gehört. Das rauscht gerade auf mein Ohr. Ich entsinne mich noch einmal der Verzöpfung. Der in unserer gemeinsamen Stunde zusammen mit dem... keine Ahnung. Das ist mit dem Design des Windes voran, der über die Perle weht. Oh Quats. Ich hoffte ich hätte dich für immer und ewig vergessen. Das ist das Haus, das ständig in einem Albturm erscheint. Kein Zweifel. Ich könnte seine Risse aufzählen. Wie bin ich überhaupt wieder an? Geendet. Ich fühle mich jetzt, ob ich in das Haus gehe. Aber ich bin mittlerweile außer Liquidator. Ich muss herausfinden, warum ich ständig von mir träume. ... ... ... Oh Gott, warum ist meine Maus so zickend? Man möchte es fast trinken. Ich muss mal eben... Ich muss mal eben trinken. So, ne? Na, ist die schöne Kette, damit man ein bisschen rennt an. Daran ist eigentlich... Wie ist das so? Wie ist das so? Das brauche ich nicht. Ja, so ist es schon wirklich schön, wenn es geht. Das ist übrigens die externe Version. Da ist eine Blume auf dem Stein. Komm, da sind voll viele Schmikeldinge. So, man muss die Steine mit Absicht so gestapelt haben. Da sind voll viele... Wie ist das? Schmutziger Gegenstand. Die Inventar... I? I ist Inventar... Ach, die Scheiße. Es sieht bei mir ein schmutziger Gegenstand. Es sieht bei mir alles so ganz anders aus. Ich habe tatsächlich mal... ... mit einem Let's Kill von Anna reingekommen. Ich glaube, ich habe es mit Wasser gereinigt. Das ist es dann jetzt. Ist das ein Stück von uns? Oh... Oh... Wenn wir tatsächlich mal ein... Oh Gott, die Bezüchel und so... ... irgendwie durch hier. Ist so schön. Ich mag es hier. Ach, das habe ich nicht mitgenommen. Ich nehme eins. Warum auch immer. Sie sind jetzt so schmitten in die hier, aber... Die Wildensuppe nicht. Ich meine, ich finde sie sehr schön. Keine Frage. Aber sie wirken wie geister. Wie würde es das zu denken geben? Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich mal ein Let's Play dazu geguckt. Zumindest den Anfang. Einzelte Steine auf dem Boden. Allerdings war das nicht die Extended Version und ich habe irgendwie gerade... Ich habe ein komplett anderes Spiel gelegen. Meine Maus ist immer noch übertrieben empfindlich. Jetzt muss ich noch mal eben. Es tut mir leid. Ich hätte das vorher alles einstellen sollen. Also es gibt Spiele, da rede ich mich drüber auf, dass die Maus total wie Lahmarsche. Die sind sowieso extrem überempfindlich. Da kriege ich ja... Da geht mir ja übel schon. Was bist du? Ein Stein. Warum auch immer ich jetzt einen Stein mitnehme. Ich tue es einfach. Hier ist noch einer. Ich muss mich da erst durchquetschen. Noch ein Stein. Ach, ich habe bereits einen. Das ist natürlich schön. Hier ist eine Tür, aber die ist verschlossen. Vielleicht kann ich sie von innen öffnen. Okay, das gibt uns ja zumindest schon mal den Hinweis, wir müssen gar nicht lange von außen versuchen irgendwie... da drüber da rein zu kommen. Kleine Tür. Kleine Tür, die nicht wirklich aufgeht. Sie verschließt einen kleinen Raum unter dem Treppenhaus. Okay, äh... Wie? Kann ich da... das Zahn... Okay, so viel ich mit dem Stein irgendwie... Nein. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Das macht mir Angst. Ein Auchenblatt wird mir wohl nicht viel bringen. Nein, das wird mir alles nicht viel bringen. Lege diesen Stein weg. Wer auch immer wir sind, leg diesen Stein weg. Haupttür. Es rührt sich nicht. Augenförmige Aushöle. Ah! Eine perfekte Schnitzerei. Ein einfaches Werk, aber trotzdem sehr künstlerisch gemacht. Warum muss man da... Da ist etwas im Inneren. Das sieht sowieso alles sehr... sehr merkwürdig aus. Kann ich da mit dem Stein rumfahren? Vielleicht hilft es ja, ich weiß es nicht. Ich habe eine Rumschaft freigeschaltet, die ich so nicht haben wollte. Da ist etwas im Inneren. Es ist tatsächlich... Ich weiß nicht, wer die andere Version geguckt hat. Ähm... Ich komme nicht ran. Äh... Da musste man das Ding da oben noch zusammen... Und ich habe gedacht, ich habe mir ein bisschen... Schreckwissen angeeignet. Von wegen... Das Fenster ist versperrt. Da kriege ich eine Idee. So, von wegen... Ich weiß, was auf mich zukommt. Und so schön wird das alles gar nicht. Und das wird total toll. Und ich habe das Gefühl, dass an der Spieß... Das ist ganz anders. Und darum möchte ich jetzt auch... Eigentlich gar nicht mehr hier sein. Kann ich bitte nach Hause gehen? Oh Gott. Warum mache ich das? Schenke zu sein. Verschlossen. Vielleicht lässt sie sich von innen öffnen. Okay, wir müssen also die Flügel wieder rein. Warum... Warum tue ich das? Das bin ich hier. Ich... Ich möchte... Kann ich... Ich kann nicht... Gehe nicht! Gott. Das ist im Dach irgendwas. Nein, das ist mir okay. Das geht dazu, dass ich mir so ein bisschen... Oh! Hier sind die Steinshäuser. Äh. Dass ich mir so ein bisschen... Oh! Ich bin so nicht mehr so leicht zu erschrecken. Wissen angeeignet habe. Vergiss es. Ich hätte doch... Was ist der Stein noch weg? Ein Jagdmesser kann ich... Ach, da war ein Seil dran. Ich nehme es mit. Okay. Okay. Rissige Wand. Mit bloßen Hintenkechglings ein... Soll ich jetzt den anderen Stein holen und damit die Wand einschlagen? Seriously? Den brauche ich nicht mehr. Was habe ich denn sonst noch so im Inventar? Das Messer? Ein Holzstock. Ich kann höchstens nochmal mit dem Holzstock vollkommen. Aber ich finde immer die Musik so schön. Die Musik, die ich extra so leise gestellt habe, finde ich sehr schön. Haha. Geht doch. Ich hab's. Ich fang kaputt zu sein. Das... Ist jetzt ne... Es rührt sich nicht. Okay, jetzt habe ich... Inventar. Ich muss mich dran gewöhnen, dass Inventar komischerweise auch nie liegt. Sie passen perfekt zusammen. Okay, jetzt habe ich ein Zahnrad. Hier ist ein frühen Zahnrad. Äh, mit Grocer Hat kann ich nichts ausrichten. Ne, ich sehe hier irgendwie sogar einen. Ja, mit dem Ast. Ernsthaft? Okay, er sieht sehr robust aus. Inventar. Und weil es da so dunkel ist, können wir... Ich. Das bin ich. Was nun? Da fehlt... Aber das Zahnrad ist ja noch kaputt. Oder kann ich das mit dem Seil irgendwie zusammen... Das Zahnrad ist repariert. Jetzt soll das funktionieren. Warum ist das alles so anders? Ich will das alles nicht... Ich bin mir einfach noch nicht sicher, ob ich da rein gehen möchte. Ich tue es einfach. Ich tue es einfach. Ich tue es einfach. Ja, das ist es wohl. Mommy! Mutti, ich möchte gehen. Alle Kerzen und die Lampen wurden angezündet. Liegt hier noch jemand? Wollte ich nicht. Altes Taschentuch. Es ist in einem sehr schlechten Zustand. Ich fürchte, es könnte in meinen Händen zerfallen. Das ist eher aus wie eine Notiz. Nicht unbedingt in Taschentuch. Aber gut. Die Grafik ist ja schon wahnwichtig. Ich bin mir noch immer nicht sicher. Zerbrochen Tisch. Der Tisch ist in einem sehr schlechten Zustand. Zum Glück muss ich nicht zum Essen bleiben. Nee. Besser ist es wohl. Scharfes Teil sieht aus wie die Klinge eines Messers. Sie steckt im Tisch fest. Wenn ich sie an mich nehmen will, muss ich mit etwas dagegen schlagen. Nee, weg. Das geht nicht. Komm, Holzstock. Scheiße. Was ist das für ein... Was ist das für ein Balken hier? Ich will den nicht haben. Der macht... Da kriege ich Angst, dass ich irgendwie... Weiß ich auch nicht. Also hat hier einer gewusstet? Oder... Nee, Geburtsschel. Hör ich das jetzt nur, der weint da wer? Da muss ich ein bisschen höher machen. Nee, der weint wer? Hallo? Ist hier jemand? Entschuldigung? Das geht gerade sehr los. Eine alte Wasserstrahlsege. Leider ist die kaputt. Hallo? Das ist abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich... Entschuldigung. Ich will nicht hier sein. Was ist das? Es springt tatsächlich ein Brinderofen. Ist es möglich, dass hier jemand vorbeigekommen ist? Möglich ist alles. Was? Was ich erwarte zu finden? Keine Ahnung. Anna? Hast du jetzt... Hast du jetzt aufgehört zu weinen? Oh, Gott. Das wäre die Vorstellung, dass hier irgendwo einer ist. Die finde ich total toll. Ein stabiles Vorhängeschloss, das mich nicht davon abfällt, herauszufinden, was sich in diesem Lager befindet. Oh, jetzt hört doch endlich diese eine Kette, die mit einem Mechanismus verbunden ist. Jetzt hört doch endlich auf zu weinen. Eine Pfütze mit stehendem Wasser. Wahrscheinlich hat sie sich nach einem Wolkenbruch gebildet. Jetzt hört doch auf zu weinen. Ich mag doch nicht. Was ich für... Was ich fürchte. Dich. Gerade. Okay, mit dem kleinen Messer kann ich gehen. Ich brauche etwas Größeres. Alles klar. Aushüllung in der Wand. Eine gleichmäßige, rechteckige Aushüllung. In der Mitte ist ein sehr kleines Loch, durch das ein schwacher Lichtstrahl fällt. Weinst du jetzt die ganze Zeit? Es tut mir leid. Worum ich getan habe, es tut mir sehr leid. Was? Ich konnte hier irgendwas nehmen. Ich weiß nicht was, aber ich... Lucien und Margarita? Was ist das denn? Dokumente. Oh Gott. In frühen Zeiten gingen die jungen Leute der Gegend in den Wald, um sich ewige Liebe zu schwören. An jenem Tag also nahm der Hirte Lucien die junge Margarita bei der Hand und führte sie inmitten der Bäume. Margarita war süß wie der Frühling. Sie hatte Haare wie Goldfäden, ihre Hände waren beim Wollespinnen so flink wie eine Nachtigall im Flug. Aus all diesen Gründen wollte der Hirte sie zur Gemahle nehmen. Es war ein schöner Oktobertag und der Schnee schien noch weit entfernt. Doch sie gingen und gingen und als sie bereits tief im Dickicht des Waldes waren, verhüllte eine Wolke die Sonne und Margarita sprach, Bitte, Liebster, lass uns umkehren. Die Sonne ist hinter einer Wolke verschwunden und wenn eintausend Tropfen fallen, werden wir krank. Doch der Hirte entgegnete einen Schritt noch. Mein Täubchen, ich habe den Klang einer Axt gehört und ich möchte nicht, dass die Holzfäder unseren Schwur mit anhören. Margarita folgte ihm und sie gingen noch einhundert Schritte. Der Himmel wurde dunkler und die Jungfrau erzitterte. Sie sagte, Bitte, Liebster, lass uns umkehren. Die Wolke hat sich verdüstert und wenn einhundert Flocken fallen, verschwindet der Pfad und man wird uns nie wiederfinden. Doch der Hirte hatte einige Bäume entfernt einen Jäger bemerkt und wollte nicht, dass der Jäger ihre Küsse beobachtete. Er entgegnete, Nur Mut, mein Täubchen, einen Schritt noch. Noch nach einhundert weiteren Schritten flammte in der Ferne ein gleißendes weißes Licht auf und Lucien ergriff die Hand seiner Schönen noch fester. Da er es um jenen Preis erreichen wollte, da er es um jenen Preis erreichen wollte, oh Gott, es hatte zu schneiden begonnen und die Jungfrau wollte umkehren. Sie blieb stehen und flehte Lucien an, doch dieser umklammerte ihre Hand noch fester und zog sie weiter. Margarita weinte, Bitte, wenn du mich liebst, halt ein, lass uns versuchen, nach Hause zurückzufinden. Doch der junge Mann hörte ihr nicht mehr zu. Margarita versuchte, ihn aufzuhalten, während das Licht von vor ihnen immer größer wurde. Er ließ ihre Hand los und ging alleine weiter. Margarita fiel zu Boden, während er in dem Sturm verschwand. Sie nahm all ihren Mut zusammen, ihren Rock in die Hand und eilte, ihn aufzuhalten, da sie ihn wahrlich liebte und um sein Wohlergehen besorgt war. Doch Lucien, der spürte, dass seine Hände zurückgezogen wurden, wandte sich mit einem Gesicht um, das nicht länger das Seine zu sein schien. Und er schrie, Fort, du eifersüchtige Harpier! Was willst du noch hier? Sie ruft mich mit einer Stimme schöner als 1000 Nachtigallen und du krächzt wie eine kranke Krähe. Fort mit dir! Und mit diesen Worten wandte er sich von ihr ab. Margarita gab nicht auf und ergriff seine Hose. Der junge Mann wandte sich mit einem Stein in der Hand um, schlug ihr ins Gesicht und verschwand, seine Geliebte am Boden zurücklassend. Als Margarita ihre Augen wieder öffnete, hatte es aufgehört zu schneiden. Die Nacht war still, doch das Licht war noch immer da. Von Ullen vorstellbarer Angst ergriffen, lief das Mädchen, soweit sie konnte. Als man sie am nächsten Morgen fand, waren Margaritas goldene Haare weiß geworden und ihr Gesicht einst süß und schön war von einer langen Narbe entstellt. Von Lucienne ward nie wieder etwas gehört und niemand wagt sich seitdem in dieser Wälder. Okay, ich möchte... Darf ich... Danke. Der Weg des Schuhmachers. Neugier. Okay. Nein! Nein, nein, nein. Nicht noch mal. Danke. Oh Gott. Das ist eine gruselige Geschichte. Warum liegt hier so ein Buch rum? Warum weint sie? Leider ist sie kaputt. Was mache ich denn hier mit diesem Ofen? Ein alter Ofen. Er brennt. Okay, ich kann ihn aufmachen. Halt! Der Herd wurde angezogen. Okay, kann ich... Irgendwie kann ich da... Ich kann etwas in den Flammen erkennen. Okay, also werde ich Wasser brauchen, vermutlich. Ich fühle mich hier voll... voll wohl. Das ist... geiler als zu Hause. Oh Gott. Ich möchte hier nicht sein. Sie ist voll mit Wasser. Okay. Ich finde das hier voll gruselig. Ich weiß noch nicht mal warum, weil hier passiert ja noch nicht wirklich viel. Kann ich jetzt bitte diese Ofenschirme nicht nur vernünftig aufmachen? Nein, sie geht immer wieder zu. Wir machen uns jetzt das Licht aus, was natürlich total logisch ist. Gibt es nicht denn da drin? Alter, ich habe nichts gemacht. Mami, ich will jetzt schon nicht mehr. Scheißspiel. Bis zum nächsten Mal. Das ist nicht gut. Пока. Das ist nicht gut.